Im 10. Jahrhundert ließ Otto der Große in Magdeburg eine Klosterkirche errichten. Von hier aus sollte die Christianisierung der Slaven erfolgen. Im Laufe der Jahre wurde die Kirche zur Romanischen Basilika erweitert. Sie wurde zum Zentrum des im Jahr 968 gegründeten Erzbistums Magdeburg. Nach einem Brand im Jahr 1207 begann man sofort mit dem Bau des gotischen Doms. Als er nach 300 Jahren fertiggestellt war, kam die Reformation. Magdeburg wurde zu einer Hochburg der Protestanten. Umso heftiger tobten die Kämpfe mit der katholischen Liga, bei denen 1631 fast die ganze Stadt zerstört wurde. Bis auf den Dom. Untertitelung des ZDF für funk, 2017